Ein Joke-Fnaf-Game, ein Joke-Fnaf-Game, was tatsächlich gut ist, Nightmare Below Disney. Schaut euch diese Charaktere an. Das ist anscheinend so eine Custom-Night. Ich mach mal erstmal kurz Branch R, nur dass wir mal ein bisschen reinkommen in die Materie. Schau mal. Rise and Shine, valued employee. Hi. Oh, ich freu mich jetzt. Natürlich, lügen sie. Nightmare. Okay. Wir haben seit den letzten Jahrzehnten gearbeitet, um es zurück zu Leben zu bringen. Wie gesagt, die Firma hat, als wir zurück zu Trezureisland in Baylake verabschiedet, sie hat es nun als Red Island verabschiedet. Wir haben uns eine sicherheit und lustige Erfahrung gegeben, mit sehr wenigen anomalischen Erkrankten. Nun, du kannst dich über diesen letzten Teil beantworten, wie du solltest. Wir werden dich auf die Details beitragen, wenn du dich unter der Klinik befestigst. Wenn du denkst, dass du eine Klass-Aktion-Lausstuhr über alles, was wir gemacht haben oder gesagt haben, bis zu diesem Punkt, würden wir glücklich deine Klassik überlegen, wo es promptlich verabschiedet wird. Wir entschuldigen... Also, keinerlei Chancen dafür. Okay. Alles klar. Hallo. Klassiker. Du kennst mich nicht, aber ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe mich so lange geblieben, in meinem Kamm, zu schraubend und schraubend Falk von Inimositäten. Ich werde ihn nicht mehr tolerieren. Seine Blut muss sich verabschiedet. Ich weiß, dass du über die Weile gesehen hast. Du hast die anderen Zeitlinien gesehen. Du hast auch die Macht, zu zerstören, zu zerstören, die Thin-Glas zwischen der Realität und der Erde. Diese Zeitlinie hat mich nicht mehr verabschiedet. Starten jetzt, du wirst mein Klassik und wirst du das Ziel erreichen. Wirklich. Zuerst du mit mir bist doch sie ", dass du noch verabschiedet, dass du auch notwendig bist, zu zerstören. Arsch. Ja, ja. Du bist so. Oh Gott, Oh Gott, la... A. Wenn du überliegen, und vollständig, die verabschiedet, ich erkläre. Du kannst deine Freiheit noch eine andere als Genau. Als du auch machst mich, Ah, das ist auch eine Kasse, ne? Wertvoller Mitarbeiter. Äh, LOL, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist einfach mal FNAF 6. Ah, Maske, Licht, Maske, PC. Play Pong. Wir spielen einfach Pong hier. Big Gulp. I miss you. Okay, man... Aber, ja, das ist einmal frei, FNAF 6. Okay, es... Es ist simpler als FNAF 6. Okay, ich muss schon auf dem PC starten. Okay, das ist es. Ich schau immer... Immer wieder ein bisschen schauen. Immer wieder ein bisschen schauen. Mein Name ist auf jeden Fall, gerne meinen Kanal abonnieren, wenn wir hier noch weiter unterhalb der Oberfläche sind. Okay, warte mal. Ich sehe gerade, ich habe auch... Hier eine Temperaturenzeige. Ach, bin ich doof. Was ist das Baby, sozusagen? Ah. Da gibt es auch noch einen Heat da. Okay. Jetzt habe ich es mal gepeilt. Also haben wir gerade nur einen Gegner? Sozusagen. Aber okay, ich habe jetzt nicht alles in der Customnet eingestellt. Erstmal simpel anschauen. Wir starten simpel. Nur kurz schauen. Nur schauen. Make Donuts. Ganz wichtig. Donuts. Ja, das ist nur einer, der wahrscheinlich gar nicht angreift. Aber ich habe noch andere eingestellt. Wann greifen die an? Wahrscheinlich immer, wenn ich es sage. Was habe ich gerade noch gesagt? Was? Okay, ja, das ist ein... Das ist einmal frei FNAF 6. Das ist einmal frei FNAF 6. Also ein Joke FNAF 6 Game. Was eigentlich ziemlich geil gemacht ist. Also ich muss auch richtig gut drauf achten. Okay. Nicht, dass das wieder passiert. Und ich habe alles ein bisschen zu leise eingestellt. Also eigentlich ein FNAF 6 Joke Game. Was eigentlich... Gut ist. Also wirklich gut. Ja, wenn ich den Heat einschüttel... Darf ich es nicht zu warm machen. Kurz da schauen. Kurz da schauen. Kurz auf die Kameras schauen. Ich weiß nicht, ob die... Aber die Sache ist... Das funktioniert... Selbst wenn ich auf die Kamera schaue. Siehst, ich kann auch gleichzeitig dann auf die Kamera schauen. Ja. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Oh ja. Okay, ja. FNAF 6... Wir haben jetzt tatsächlich mal ein FNAF 6 Game gefunden. Was eigentlich gut ist. Also ein Joke Game. Perfekt. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Heater machen muss. Also ja, wahrscheinlich. Das gilt bei manchen Entschuldigungen, dass ich es halt hot machen muss. Denke ich. Ah, ich glaube, kein Dreisand, bevor... Bevor... Scrap Mini? Keine Ahnung, zu mir kommt. I think. Ich glaube, das ist sogar sehr irrelevant. Das ist gerade wichtig. Genau, weil... Das ist, bevor sie angreift. Und ich glaube, der Heater funktioniert bei ihr eigentlich. Das doch? Ja, das doch Mini. Scrap Mini. Ich nenne es einfach Scrap Mini jetzt. Scrap Mini. Scrap Mini. Mini, 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 Mini. Ja. Ich kann auf die Kamera schauen und... Es funktioniert. Es funktioniert. Greifen Sie mich bitte nicht an. Please not. Okay. Das ist... Das ist easy. So, machen wir das letzte noch. Ja, ja. Cam 1, Cam 3 und dann... Dann Basis. Haben wir die Nacht. Ach, das Bild hier links oben. Das ist schon gruselig. Ich habe immer Angst, dass trotzdem jetzt ein Animatronic kommt. Aber das ist nur... Für was habe ich die Custom Night eingestellt mit 4? Und es taucht nur ein Animatronic auf. Weißt? Das ist, was ich gerade nicht verstehe. Aber egal. Wir haben gleich alle Tasks fertig. Ja, das ist ein Band frei für den F6. Ein Band frei für den F6. Kurz bevor Scrap Mini angreift. Ah, du bist der Winner. Du bist der Winner. Perfekt. Alter. 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 Oh, das ist gut. Das ist nicht hier. Es gibt eine Sache, die wir vergessen haben, auf deinem Angelegenheit. Und das ist inspectieren, die alle animatronics, die in den Tunnel beherrschen, die bei der Connecting Burger King. Diese animatronics sind, zumindest von dem wir wissen, extrem gefährlich. Aber wir können ein montón von Geld aus dem. Das ist warum du hier bist. Du wirst ein kurzer Checklist machen, um die animatronics zu tun zu tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist das eklig Ja, gut Oh, lol Schmeiß auf eine Dose gegen Antronic, wenn es sich bewegt BAM, einfach eine Dose gegenschmeißen Kann man machen Okay, hat sich noch nicht bewegt Ich habe eine Dose verschwindet Das sind echt sehr komische Sounds Oh, oh Ja Da Schmeiß auf eine Dose gegen Antronic, schmeißen Das ist eine neue Sportart Okay, hat sich noch nicht bewegt Und ein Sound davon ist ja der längste, ich glaube der letzte ist der längste Sound irgendwie Ha, you're a winner Wir haben einen neuen Animal Trank Und nur drei Dosen verbraucht Geht ja Geht ja, geht ja, geht ja Okay, dann lasse ich es jetzt mal gut sein Ja, nach zwei ist ja alles schön und gut Ja FNAF 6 Joke Was eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut ist Gerne mit meinen Kommentaren Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wünsche euch noch einen schönen Tag Macht's gut